Battle of Gladiators 6 Entscheidung in der Manege Ich bin sehr, sehr überzeugt, dass ich bin sehr viel besser Boxerin als Frau Gullinstar. Aber wenn jemand zweifelt, dann zeige ich wieder morgen, dass ich bin komplett was anderes als Frau Gullinstar. Musik Ich bin auf jeden Fall fit und gesund. Ich bin gut vorbereitet. Ich freue mich auch auf den Kampf. Ich glaube, dass diesmal auch ein bisschen härter wird, weil die Elke ja eine sehr erfahrene Kampfsportlerin ist. Also nicht nur was ich kutz, dann geht es ja noch um ein anderes Produkt. Deswegen freue ich mich umso mehr, weil es eine Herausforderung ist. Aber ich wäre ein Kampf gewesen. Musik Ja, natürlich werde ich gewinnen. Ich habe mich für diesen Kampf extra in Thailand vorbereitet. Also ich bin guter Dinge. Ich bin zuversichtlich, was den Kampf angeht. Also und ich habe natürlich auch großen Respekt davor, dass es sich den weiten Weg gemacht hat. Aber den Kampf werde ich auf jeden Fall noch gewinnen. Musik Battle of Gladiators 6. Entscheidung in der Manege. Am Samstag, den 13.12. auf dem Messplatz in Karlsruhe. Tickets unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse. Musik Tickets unter www.reservix.de Musik Tickets untertitelung.